Die Akzeptanz der Corona-Warn-App ist, glaube ich, deutlich gesunken und sie bleibt auf jeden Fall unter ihren Möglichkeiten. Ich kann für die CDU-Fraktion sagen und bin auch froh, dass da im Antrag dazu was drinsteht, dass wir das evaluieren müssen, dass wir nochmal appellieren müssen, dass alle Menschen diese Corona-Warn-App nicht nur runterladen, sondern auch nutzen. Das heißt auch kontrollieren, was sie an Begegnungen haben und notfalls eben auch reagieren, wenn es erforderlich ist. Aber ich glaube, dass das auch nicht reichen wird. Ich kann nur für die CDU-Fraktion erklären, wir glauben, dass wir die Corona-Warn-App weiterentwickeln müssen. Sie muss verpflichtend werden für alle, die ein entsprechendes Endgerät haben. Wir verpflichten die Menschen, ihren Führerschein bei sich zu führen und ihren Personalausweis immer bei sich zu haben und die Brille zu tragen, wenn im Führerschein ein Stempel ist, dass sie eine Brille brauchen. Also wir verpflichten sie zu ganz viel Mitführen von staatlichen Papieren und Unterlagen. Und ich finde, wir können sie auch, Bußgeld bewährt, dazu verpflichten, sich die Corona-Warn-App runterzuladen. Und meine Damen und Herren, es muss zur Pflicht werden, diese App zu nutzen. Und wir müssen auch sicherstellen, dass wir über die Warn-App in Zukunft die Kontaktnachverfolgung digital ermöglichen können. Es ist doch ziemlich unvorstellbar, dass wir händisch das nachvollziehen müssen, was wir eigentlich elektronisch bereits erfasst haben. Und deswegen sage ich, auch da ist mein Appell, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass die Corona-Warn-App nicht nur den Betroffenen einen Schutz bietet, sondern dass sie uns als Staat auch die Möglichkeit der zügigen Rückverfolgung von entsprechenden Maßnahmen, von entsprechenden Kontakten gibt, damit wir schnell die Nullwenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017